Guten Tag, wir möchten Ihnen hier unsere halbautomatische Produktionsanlage Roosevelt Condor vorstellen. Die Maschine produzierte Bauprodukte aus Beton. Als Rohstoff wird benötigt Sand, Kies, Schlacke, Asche, Blähton, Sägemehl und Zement als Bindemittel. Zement, Sand und Wasser werden dem Gemischer zugeführt. Mischzeit von 30 Sekunden bis 1,5 Minuten. Das fertige Gemisch gelangt über das Förderband in den Auffangbehälter. Aus dem Auffangbehälter wird eine bestimmte Menge des Gemisches in die Formen eingeführt. Unter Einwirkung von Vibrationen und Druck nimmt das Produkt in 4 bis 10 Sekunden die gewünschte Form an. Danach geht die Form nach oben und lässt das fertige Produkt auf der Holzplatte. Die Holzplatte mit dem Produkt verlässt die Anlage und der Vorgang wird wiederholt. Anschließend wird die Holzplatte mit dem Produkt zum trocknen in Regale gestellt und verbleibt dort für 24 Stunden oder kann für 10 Stunden im Dampfbad trocknen. Danach ist das Produkt fertig für den Versand. Der Bediener steuert das Automatisierungssystem über das Bedienfeld. Und zwar wie folgt. Die Holzplatte wird auf den Rütteltisch gelegt. Das Gemisch wird in die Formen gefüllt. Ausgabe der Holzplatte mit dem Produkt aus der Vibrationspresse. Im Durchschnitt beträgt der Prozess 40 Sekunden. Ausstattung der Maschine. Mischer mit einem Gesamtvolumen von 150 bis 350 Litern. Förderband mit 3,5 Metern Länge. Gemischzuführbehälter. Hydraulische Maschine für die Holzplattenzufuhr. Vibrationspresse. Bedienfeld und Hydraulikstation. Regale für die fertigen Produkte. Darüber hinaus ist die Maschine mit einer Anlage zur Herstellung von Sandwichsteinen und hydraulischen Steinspaltpressen ausgestattet. Die hohe Qualität der hergestellten Produkte wird durch ein Zertifikat bestätigt. Insgesamt umfasst das Produktsortiment mehr als 50 Artikel. Das Fertigungsvolumen innerhalb von 8 Stunden umfasst ca. 45 Quadratmeter Pflastersteine, ca. 700 Steine für Innenwände oder ca. 550 Mauersteine. Der Wechsel der Produktformeln dauert ca. 20 Minuten. Die Installation ist einfach zu verwalten, einzurichten und zu warten. Für den Service reichen zwei Personen. Die Rentabilität der Maschine beträgt 3 bis 6 Monate. Platzbedarf für die komplette Maschine und Produktion erfordert eine Fläche von nur 100 Quadratmetern mit einer Deckenhöhe von 2,5 Metern. Hat Ihnen unser Video gefallen? Abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte in die Kommentare oder hinterlassen Sie eine E-Mail-Adresse und wir senden Ihnen detaillierte Informationen. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Alles Gute für Sie. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.